Saftbeeren Hallo liebe Saftfreunde, ihr kennt bestimmt die Aronia Beere, auch Apfelbeere genannt. Diese wollen wir in unserem Garten heute pflücken gehen. Da diese Beeren nur von August bis Oktober geerntet werden können, greifen wir auf die Saftbrox der Kälterei Walter aus Arnsdorf-Berkresten zurück. Der Saft riecht und schmeckt leicht nach Johannisbeeren auf Schwarzbeeren. Er ist leicht herb, aber zur Überraschung, am Gaumen hat er einen recht süßen Nachgeschmack. Er eignet sich im Sommer perfekt als Erfrischungsgetränk, als Subbereitung zu Tee oder auch zur Gewinnung von Marmelade, Gelee oder Kompost. Die Saftf Ruder Die Saftf Ruder Er macht mehr als Erfrischungsgehecker nach Die Saftf Ruders Er wird wieder aufgeliebAD-Tee und Schein чst der Kaltverk ABC-RWR-R-K-18, Schuss, 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 Schuss Untertitelung des ZDF, 2020